so das setzen wir mal hier drauf so also ich weiß ich muss jetzt mit der rebecca da oben tue ich es ist ein langer weg dann nach rechts da ich nicht unbedingt zeit damit verblämpern mich umzukicken ich habe keine ahnung was ich von umbrella corps halten soll weil ich bin eigentlich auch eh nicht so der oh ja das ist schön eh nicht so der ahja jetzt fickt mich wieder so ein blöder vogel und der zweite auch gleich nicht so der multiplayer spieler und wie gesagt ich habe mir auch jetzt noch nicht viel angeguckt zu umbrella corps ich oder viel gelesen also auch 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 Ah, Bitch. Ach, die kommen ja immer wieder neue jetzt. Aber sth. Hier ging's doch irgendwo. Ja, genau. Gut, hier geht's nicht lang. Aber hier ist eine Tür. Gut, das mit der Treppe war wohl nichts. Aber die Tür hat's auch nicht angezeigt, glaub ich. Oder ich hab mich verguckt. Gut, hier ist nichts drin. Ach, ich hab mich verguckt. Okay, alles klar. Da war übrigens auch ein rotes Graut. Da draußen. Äh, was mit dir, Ghost? Freust du dich auf Umbrella Cops? Weil du das so, ja, äh, groß geschrieben hast. Was kommt jetzt hier wieder für eine Kacke hier? Ah, hier ist dann der... ...er Tausendfüßler. Das ist das Brutbecken. Da ist meine heißersehnte Treppe. Da ist meine heißersehnte Treppe. Oh, nee, gar nicht. Oh, nee, gar nicht. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Da ist eine blaue Tür. Oh, nee. Oh, nee. Äh. Scheiße. Ah, jetzt ist sie offen. Alles klar, okay. Also, da gehe ich jetzt... ...erst mal nicht rein. So. Wir sind hier. Billy ist, glaube ich, da. Dann können wir die zwei ja schon mal wieder vereinen. Oh, guck mal her, mein Junge. Tuh. Da hat gar keine Halspray bei. Ja, ich habe nur noch... ...un paar Kugeln. Also, die blöden Viechers haben schon einiges abverlangt von mir. Da habe ich aber auch schon... ...die weiße Statue gesehen. ... parecer schneider... Ja, so, genau, jetzt sind die Farbänder, zusammen, genau, 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 so, gesund, ich muss jetzt dann mal bei Facebook antworten, sonst geht das ewig jetzt so, ich will noch die dicke Humme mitnehmen, wobei ich glaube, wenn ich da rechts lang gehe, finde ich ja in die Pump, oder ne, die Pump gab es drüben, glaube ich, war egal, wir speichern, und zwar auf die 3, weil zwischen 2 und 3 ist jetzt nicht viel Abstand, ja, mich auch, wobei, äh, ich, äh, gucken will, was sie mit Teil 7 vorhaben, weil ich hab mal vor langer Zeit mal gehört, oder gelesen, dass es ein Reboot werden soll, und ich kann mir das irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, genau, so, jetzt haben wir ja wieder eine halbe Stunde, jetzt auch, jetzt ist es 1, jetzt muss ich dann noch schnell eingehören, so, gut, ich war jetzt unten in dem Run, seit wir gestorben sind, noch gar nicht, ich hab erst mal oben alles klar gemacht, ich hab soweit oben auch alles klar gemacht, was klar zu machen geht, erst mal, das heißt, wir werden jetzt dann hier rechts reingehen, aber vorher, äh, trinke ich was, kühl ein, und dann geht's weiter, äh, genau, jetzt will ich schnell was im Chat nachlesen, Ihr könnt mich ja eigentlich immer noch hören, ich sehe jetzt auch gerade, äh, was du über, den Merse in die Maut gesagt hast, ja, das stimmt wohl, wobei der in Deutschland ja im 3er sowieso ziemlich kacke war, also, äh, willst du, willst du auf den TS kommen, Nikon, willst du es, äh, wirklich machen, dann muss ich hier mal auf den TS-Server überhaupt erstmal gehen, ich glaube, ich werde das Passwort auch ändern, weil das ist, äh, das ist, äh, wobei, nö, brauche ich eigentlich nicht, so, es geht gleich weiter mit dem Gelben, da könnte ich euch ja, das hier schnell geben, ah, wobei, nö, das sieht so und so schon cool aus, mit dem Blutflecken drauf, so, das Team-Speak-Passwort, ich schicke dir die Daten bei Facebook, wobei ich da sowieso schnell kurz, kicken muss, so, es geht ja, Aber du musst bedenken, das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, du wirst Kommentare von mir spielmäßig dann hören, aber beim Gucken hängst du halt hinten nach, ne? Also du bist mit mir im TS schon in der Zukunft quasi. So, Daten hast du, drin bin ich auch, ja ich habe auch einen, jetzt sehe ich es gerade hinten da im Ding, kommst du, kommst du nicht, damit ich hier weitermachen kann, wobei kommt sonst eigentlich hier keiner. Join einfach. So, die Bars kommt wieder heck. So, hier so rechts und so, ne? Ich will ja ihr nicht alle geben. Ich will ja ihr nicht alle geben. Das ist ja doof. Ich gebe hier erstmal gar keine. Aber sonst wäre ich nämlich, äh, im TeamSpeak in den Streamingbereich gegangen, da wo wir auch eigentlich reingehören, aber da kommst du als Gast ja erst gar nicht rein. Das sieht jetzt mit Munition glaub ich ziemlich knapp aus hier. Ich glaube da hinten gab sie am Boden. Warten wie viel. Sie ist schon wieder in Warnung, ja, weil sie schon wieder gebissen wurde, die Batsch. So, gut, sonst gibt es jetzt hier nichts zu sehen. Ich habe jetzt übrigens gar nichts getrunken. Hier gibt es auch nichts, das werde ich jetzt noch schnell machen. Ah, bevor wir wieder reingehen. Ah, bevor wir wieder reingehen. Was war bei dir denn? Ah. Hallo? Oh, ich, 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 ich höre dich gar nicht. Also, ich, ich verstehe dich nicht, glaube ich. Warte mal. Sag mal was. Ja. Ah. Muss dich trotzdem lauter machen. Haha. Guten Tag erstmal. Äh. Doppel-Loll. Ging das denn nochmal da? Ich sehe es nicht. So. Alles klar bei dir? Doppel-Loll. Okay. So, ich move dich mal schnell und move mich dann mit. User was moved out of your channel. So. Okay. Was heißt? Er. So, gut. Ah, ich, ich, ich habe ein, ein, ein Echo von mir. Bei dir erst. Oh. Von dem, glaube ich, von dem, was du gerade anguckst. Na ja. Bus. Oh, jetzt beißt er mich. Oh, jetzt beißt er mich nochmal. Oh, jetzt beißt er mich nochmal. Oh, jetzt beißt er mich nochmal. Die Bitch. Was jetzt ins Treiband? Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Ist ja nicht wahr. Ist noch einer da. Jetzt. Jetzt. Oh, sie ist im Kritischen. Und ich habe nichts, um sie zu heilen. Oh. Ja, sie ist. Jetzt. Ja, wie gesagt. Du, du guckst die Vergangenheit jetzt an. Das wird jetzt ein bisschen komisch. Weil ich hier natürlich das Gegenwärtige kommentiere. Und ich habe das nicht mehr. Oh. 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 Oh, es ist ja nicht. Oh. 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 Ah, ist schon schlecht gespielt. So, jetzt sind wir erstmal hier wieder. Und sonst was? Was treibst du so? Was läuft bei GTA? Ja. Wir machen mehr kaputt als damals. Okay. Ah, die habe ich schon geraucht. Scheiße. By the way, das wollte ich eigentlich auch machen. Ah, scheiße. So, erstmal hier den Benzinganister ablegen. Ja. Drüben gab es auch einen Benzinganister. Und ein grünes Kraut, aber soweit ich mich erinnere, gab es drüben auch das Leech-Ding. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Buh-bye. So. Mal einen, wo wir es nochmal verkacken können, und einmal, wo wir es schon verkackt haben. Hat man nämlich jetzt ein Save gemacht. Jo. So. Die Gegner sind nur armlos, auch noch bessere. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Der 1000 Wiesler kommt noch. Dann kommen ja noch Gorillas und so. Ich meine, ich kenne die Gegner. Also ich weiß, was so kommen kann. Also im Groben. Die fiesesten kenne ich. Jetzt eben, ja. Die riechen Heuschrecken. Aber diese Heuschrecken, die... Weiß ich nicht. Ich hab einfach nicht mit ihnen gerechnet. Die kamen so plötzlich. Ja. Das hab ich erst einmal auch entdeckt. Und dann hab ich mich... ... vorbereitet. Ja. Ich bedrehe den Raum erstmal ne lange Zeit. Einfach mal nicht. Das war oben, glaub ich, irgendwo. Hab ich überhaupt schon was getrunken? Ich weiß nicht. Ich muss nur noch was trinken. Ja. So. Ich seh jetzt gar nicht, wie viele Leute zugucken. Ich hab mir das Bild nicht rüber geschoben. Es sind bestimmt immer noch drei. Ja. Find ich cool. Wenigstens drei. Jo. Da kommen auch nochmal zwei. Den geb ich das Ding hier. Kommt. 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 Was sind drei? Nein. Ei. Jetzt sind wir tot. Oh nein, doch nicht. Wir wurden gerettet. Und der Kopf ist geplatzt. So hatte ich das eigentlich vor, aber er konnte mich vorher beißen. Nein. Nein, er konnte mich ja gar nicht beißen. Weil Billy geschossen hat. Aber. Naja. Gut. Ich hoffe, hier gibt's mal ein grünes Kraut zum Rauchen. Yeah. Gleich zwei Stück. Sie ist im Kritischen. Ich glaube, ich lass sie beide gehen. Gönne ich hier beide da anders in Warnung. Das geht noch. Äh. Leckt das Bild bei dir? Nikon? Kannst du mal? Lass mich hier nach, ja. Genau. Läuft euch flüssig. Ne, ich mein jetzt nicht den Stream an sich. Ich mein jetzt das Spiel. Ob das leckt? Ja, das Spiel läuft flüssig. Läuft das flüssig durchgehend? Naja. Die richtet nur ein bisschen, aber sonst. Aber ist ja normal. Mal vorans mit dem Programm, äh, weil ich hab jetzt hier zwei, äh, ich hab zwei Programme. Und mit dem, mit dem ich's eigentlich, äh, streamen wollt, äh, ich konnt's flüssig spielen, aber die Aufzeichnungen, die haben der, äh, gelaggt. Dann hab ich mir gedacht, nee, das geht gar nicht. Und dann hab ich das mit dem zweiten ganz schnell auf die Reihe gebastelt, mit dem Tunnel und so. Deswegen hat das ja eine Stunde Verzögerung gegeben. Weil hab ich das, das hab ich gemacht, damit ich den Chat und so alles seh. Die Tür wurde aufgeschlossen. Und bei dem anderen Programm brauch ich das nicht machen, weil da der Chat im Begriff ist. Den kann ich mir irgendwo einblenden. Ja. Ah, das war kacke. Ich weiß jetzt nicht, ob's mit dem Programm auch leckt. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach, da bist du, ja. Du kommst gleich wieder in den Raum mit den Pulten. Ich bin, ich bin, ich bin in den Pultenraum, ja genau. Nein, bei mir bist du noch draußen. Ah, nee, da bin ich gerade wieder drin. Da war ja irgendwo... Siehst du mir da vor der Tür? Das war ja... Und zwischen den Gängen irgendwo ist er gestopft, der musste drücken und dann passierte irgendwas. Den sieht man überhaupt nicht direkt. Also ich hab ein Dokument gefunden und ich bin vor uns durchgegangen. Ja, da hab ich damals auch geguckt und du siehst den nicht, aber wenn du so langsam lang gehst und drückst, die drückt den irgendwann. Man sieht die Knopf nicht, aber der ist da. Das muss ich mir genommen, was er... Was, was passiert dann? Äh, der war für irgendwas wichtig, sonst lange hätte ich den gedrückt. Weil ich weiß, es gibt einen Pult, der hat einen... Äh, das hieß den Knopf nicht, da gehst du hin und der verlangt aber dann eine Mode-Desk. Und das ist das Pult hier oben. Oh, Pult? Ne, Moment, warte mal. Mir ist ein bisschen hinterher. Hier gehst du einfach um die Ecke. Was ist das hier? Aber hast du... Du rennst grad bei mir an den Pulten lang. Ja, du siehst es dann, das ist das Hauptpult mit dem Umbrella-Logo. Da verlangt's dann eine Mode-Desk. Das ist wichtig, das... das weiß ich auch. Ja, ich rede von den Pulten, die da weiter unten stehen. Aber ich muss grad gucken. Den Motor. Der Aufzug, der war ja gedamaged, glaub ich, ja. Weil irgendwo... Waren ja die Viecher... Die waren, glaub ich, da unten links... irgendwie... Da waren die Krähen... Da ist... Das... 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 äh... die Brutstätte... Da rutscht der Krähen... Da ist der Aufzugraum, oder? Ja, genau. Wo waren die dann? Was suchst du da? Äh... nochmal den Ort, wo die anderen... äh... Kakerlaken waren da, die Heuschrecken. Äh... Warten wir uns die oben? Ich glaub, der war links unten, oder? Meinst du den mit dem Aufzug, ne? Äh... das waren ja die Ersten. Die Karte bin ich... die Karte bin ich schon durchgegangen oben. Das ist... das Brutbecken, die Krähen und dann der Aufzugraum. Ach, du meinst das mit diesem... Mit diesen beiden Dinger mit der lauten Tür, ach so. Das war... In diesem Raum mit dem Brutbecken war das Klappe runter und dann die erste Tür links. Das ist... Stimmt, ja, doch, ja, 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 ja. Ja, genau. Wie ist das auf der Karte vermerkt? Äh... Gar nicht, gar nicht ist das auf der Karte. Wennst du denn, dass noch irgendwann später dazu kommt, ja, aber ich weiß grad nicht genau, wo das ist. Ah, ja, ich... 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 ich komm da schon hin. Da muss ich jetzt... Aber was war da drin? Ach, das ist der Raum. Genau, wir haben ihn gefunden. Danke dir. Verding. Du hast mir den richtigen Ansatz gegeben. Auf der Karte ist der nur ein bisschen verwirrend eingezeichnet. Jo. So, wie sieht's aus mit dir? Beide im Warning. Fünf... Oh, gut. Der hat guten Muni dabei. Ich probier's jetzt einfach mal. Ha! Stirb doch endlich. Kackviech. So. Nimm einen Ticken hinterher. Noll. Ja, ich weiß. Du... du... du hast das... das... das Delay. Also du bist hier nicht up-to-date. Du kriegst zwar kommentiert mit, was abgeht, aber... Ja. Hab ich dir gesagt. Das hatte ich schon mal mit einem, der als Gast bei mir war. Genau. Das wär jetzt nur, äh... richtig live für dich, wenn du... hier vor Ort fährst. Ein Granatwerfer, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Das ist nice. Ja, aber, äh... wenn man sowas kriegt, heißt das eigentlich nichts Gutes. Ich glaub gegen diese, ähm... Baden-Typen da... Die so ausweiten... Ich glaub gegen Helfen-Molethos. Äh, diese... diese... Ja, 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 die Egel. Das ist mir dann auch aufgefallen. Aber den... Den Gedanken hab ich nur noch nicht laut geäußert. Ich glaub länger her, dass ich das gespielt hab. Daher... schwer zu sagen. Aber ich glaub da war sowas. Oh ja, und dann sind die Toten und dann... kannst du hochballern. Bitte springen. Feuer mögen die nicht so. So, jetzt haben wir den Granatwerfer mitgenommen. Das ist die eine Tür, die zu ist, ne? Verschlossen. Die Tür ist ein Wassermotiv. Also jetzt haben wir eine Feuertür und eine Wassertür. Sonst gibt's nichts. Ich glaub die Muni... Ne, Munition war ja hier nicht. So, dann haben wir jetzt beide Statuen. Halbwegs so. Und... Und... Können... Weitere Bereiche öffnen. Aber ich glaub soweit waren wir beim letzten Mal, wo wir's gespielt haben. Auch schon. Und die Statuen sind noch nicht komplett. Da fehlen noch Teile. Echt? Ja, da fehlen noch Flügel. Von beiden. Ähm... Sieh doch, wenn du dir die genau ankommst. Die sind unverständlich. Deswegen werden die bei der Waage oben auch nix bewirken. Ehrlich ist aber oben irgendwo in den Räumen. Ja, aber vielleicht ist das ja genauso beabsichtigt. Ja, ja? Und da sind ja auch sehr Tombischen so. Oder irgendwelche Monster. Ne, ne, ich glaub das ist, äh, passt schon so. Also... Ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich was zusammensetzen muss für die, weil... Soweit war ich ja schon mal. Das ist zwar... Probier's aus. Ja, tue ich jetzt auch. Peace. Ich glaub ich hab mal ein Fast-Live-Fild, ja. Ja, genau. Dem fehlt der Flügel links, dem anderen fehlt den beide Flügel, genau. Ey, echte Tatsache. Was ist das? Die haben sich schon was dabei gedacht, also, ne? Die find's ja irgendwo da oben in einem von den Räumen. Ja, ja, das denk ich mir. Ich lass die jetzt auch einfach mal auf der Waage hier drauf liegen. Mir ist passiert ja so an sich nichts. Und mehr, ja. Ey, das ist bescheuert. Beide sind fast tot, war es... So. Mal wieder auf die Karte kicken. Ja, ich hab hier unten noch das Klo. Aber da geh ich rein, dann kommt dieser Egel-Typ wieder zweimal. Dann nehmen die Molotos mit. Die hab ich ja die ganze Zeit schon dabei. Aber wo müsste ich... Das ist doch kein Problem. Ich glaub, ein, zwei Stück dürften, glaub ich, da reichen. Ich bin mir ganz sicher. Aber der kommt noch öfter, das darf man abgesehen. Ja, ja, das ist, äh, wird auch... Ist ja auch der Endgegner. Äh, keine Ahnung, was ist da mehr? Ja. Ja.